Du brauchst eine PS4 Pro, wenn du schon einen 4K Fernseher hast. Ja, aber dann ist es die neu kaufen, die ist voll teuer. Ist die noch so teuer? Ich weiß auch nicht, ob das das lohnt. Weil um ein Jahr gibt es ja schon die PS5. Wenn du... Ja, okay. Ich würde die PS5 holen. Die wird wahrscheinlich so beim Release 600 kosten. So 500, 600, so viel kosten die ja immer am Release. Aber die ist abwärtskompatibel. Immerhin. Die sind schon in unserem Busch. Ja, da sind schon irgendwas weiter. Ah fuck, ich hab noch Mana. Wer hat Mana? Ich hab noch Clarity drin. Achso. Hey, hier. Boom. Da hab ich ihm das volle CC-Paket gegeben. Ich hab noch nie, was ich nicht mehr ausein. Ich hab noch nie, was ich nicht mehr ausein. Da geht einer rein Komm schon Leute Was? Der Darius Der macht ja richtig Damage Mach der jetzt nen Fanta echt Du gibst keinen Fanta Gib ihm nicht den Gefallen NEIN Oh Alter, da ist doch mal ganz in Panik geschoben gerade Ich gönne nicht Alles cool Digga Ich gönne nicht Quadra Kill ey Er steht vor, der würde das aufnehmen Stellt euch das mal vor Das kommt aber eh erst in 2-3 Monaten bestimmt Ich lade ja jetzt Wir haben die Ass vielleicht geraged Wir müssen mehr ab und coke abwarten man Oh die sind schon Level 6 passt auf Leute Ja das erzählen die nur Aber eigentlich Eigentlich sind die Staubüte Ja Guck wie gut die spielen Ja Na ja Guck 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 Bho Guck Guck Ich hab nicht Gehild Ich hab Gehild Wir sind ja auch alle Carries Naja Ja, aber Heal ist die ganze Zeit da Ja Barrier verschwindet, Heal, du Heilung ist da So kriegen ja deine Teammates auch Heal, bisschen wie ab Ah, ich muss nicht sterben, Alter Nein, gib Damage, Alter Brauch die noch runter Ah Okay. Schade Oh Gott Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Nein! Oh Das Spiel macht zu schwer Spaß Ich will gerne gegen die Truppene Also lieber gegen als mit Boah ich wollte gerade wieder springen ey Oh Gott Jetzt ist Gehealed Oh Gott Er wollte weglaufen Oh Gott Ja eigentlich geht der im Tuch leider Kämpfe wie ein Mann du Pussy Mein Muramana ist bald fertig Und dann fängt der richtige Schaden an Und dann fängt der richtige Schaden an Und dann fängt der richtige Schaden an Ja Jaa ey Jaa ey Shit Wie sagst du das so spät Ich dachte, das macht man so. Nein, was für Schachsinn ist. Ich hab da einen Missclick gemacht. Arfe, ey. Ja. Mindestens 80. Wie mehr, mehr. Wie mehr spielt, Alter. So, Muramana fertig. Jetzt kommt der Damage aus der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Das Skinn ist aber so hässlich, der Ketel-Skinn, ne? Mit den... Oh Gott. Jetzt schmelzen die. Oh shit. Oh shit. Oh Gott. Nein. Was? Was? Scheiße. Nein, keine Mana. Was? Das Bild hast du ja schickt. Was? Hast du jetzt geschickt damit? Was? Hast du nicht geschickt? Bist du noch nicht da? Was? Oh nee. Was? Ich habe mich. Ach. Was stimmt nicht. Mit level 14 oder nicht? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab die Flucht. Ach. Was stimmt nicht. Mit level 14 oder nicht? Vielen Dank. Vielen Dank.